So Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute geht's um gommehd.net und wie man sich coole Minecraft Sachen kauft. Nein, Spaß Leute. Krachatube ist back am Start. No Offense an dieser Stelle an Polver. Heute geht's mal um ein kleines Thema. Im Hintergrund seht ihr wahrscheinlich ein kleines CSGO-Deathmatch-Gameplay. Und heute geht's um Paysafe-Karten oder Paysafe-Karten kombinieren allgemein. Also letztens wollte ich mir Overwatch gönnen. Das habe ich mir manchmal bei einem Freund gezockt. Das war ganz geil. Also ich habe mir gedacht, kaufe ich mir das auch. Bis jetzt habe ich halt alle meine Spiele mit Paysafe-Karten gekauft. Aber ich habe halt immer bei Steam oder Origin eingekauft. Also konnte man da sein Guthaben ganz einfach aufladen. Auf Battle.net wäre das auch gegangen. Also auf der Seite, die Overwatch verkauft. Allerdings kostet da Overwatch The Origins Edition 60 Euro. Und auf Seiten wie MMOGA oder G2Play oder Instant Gaming kostet es dann halt nur 40 Euro oder 50 sowas. Und dann habe ich mir gedacht, ja, kauf mir das mal. Habe mir eine 20 Euro und eine 20 Euro Paysafe-Karte geholt. Und dann habe ich aber gesehen, überall wo man sich jetzt das Spiel kaufen will, muss man nochmal 7% Aufschlag zahlen dafür, dass man eine Paysafe-Karte zahlt. Habe ich mir gedacht, okay, fackt halt schon ein bisschen ab, aber hole ich mir halt einfach nochmal eine 10 Euro Paysafe-Karte. Da ist dann 50 Euro Paysafe-Karte. Das ist jetzt aber nicht mehr so, dass es geht, dass man die miteinander kombinieren kann. Das wurde irgendwie abgeschafft. Auf jeden Fall ist es halt nicht mehr möglich, Paysafe-Karten über 30 Euro zu kombinieren. Man muss dann entweder halt gleich eine 40 oder 50 Euro Paysafe-Karte kaufen. Und unten drunter unter 30 Euro kann man natürlich die Karten noch kombinieren. Aber das macht halt wirklich überhaupt keinen Sinn, meiner Meinung nach. Ich habe im Internet gelesen, dass die Regierung da irgendwie illegale Geschäfte im Internet verhindern will oder so. Und das macht für mich einfach gar keinen Sinn. Ich habe auch im Internet viele Leute gesehen, die sich darüber beschwert haben. Und nicht nur ich das einzige Opfer. Also, wie kann man denn so blöd sein, meiner Meinung nach? Das sind schon richtige Huren-Söhne und richtig dreckig, richtig dreckig. Aber auf jeden Fall habe ich dann im Internet nach einer Lösung gesucht, wie man Paysafe-Karten trotzdem kombinieren kann. Und dann habe ich halt gesehen, ich habe viele Möglichkeiten im Internet gesehen, dass man auf sein Paypal-Konto Paysafe-Karten überweisen kann. Das habe ich dann ausprobiert, da habe ich aber nur Geld verloren und hat nichts gebracht. Also, es hat einfach nicht funktioniert. Und da habe ich viele Videos gesehen und da habe ich mir ein paar Programme runtergeladen. Das waren da aber halt über Viren drauf. Habe ich gleich wieder deinstalliert, dann habe ich eine Seite gesehen. Die sah ganz legit aus, aber die war am Ende auch nur so ein heftiger Fake. Also hat alles nichts gebracht und ich hatte am Ende dann einfach noch 40 Euro im Paysafe, konnte damit aber nichts anfangen. Und da denke ich mir schon einfach, was das denn finde, was die Regierung damit verhindern will. Mit Paysafe-Karten, mit Paypal kann man auch immer gleich einkaufen. Also, es ist einfach ziemlich dumm gelaufen. Und auf MMOGA habe ich dann gesehen, dass man die Karten dann trotzdem kombinieren kann. Bin dann da drauf und da war halt eine Anleitung, wie man dann halt einfach sein Paysafe-Guthaben auf MMOGA aufladen kann mit Paysafe-Karten. Und es geht dann aber auch nur währenddessen und da muss man die Karten wieder kombinieren, also macht es keinen Sinn, also funktioniert es auch wieder nicht. Also, ich weiß nicht, was MMOGA damit wollte, also auch nur ziemlicher Abwrack, dass sie da so reinschreiben, es wird funktionieren, aber es funktioniert einfach nicht. Also, abschließend kann ich nur so sagen, meiner Meinung nach funktioniert es halt überhaupt gar nicht mehr. Wenn jemand anders in den Kommentaren jetzt, wenn jemand anders eine Möglichkeit sieht oder weiß, wie man das kombinieren kann, kann das einfach mal gerne in die Kommentare schreiben. Ich weiß auf jeden Fall keine andere Möglichkeit. Schreibt mir einfach in die Kommentare, ob ihr wisst, ob es, ob ich richtig liege oder ob es da noch eine Möglichkeit gibt. Dafür wäre ich sehr dankbar. Wir sehen uns im nächsten Video. Wir sehen uns im nächsten Video. Lasst krachen. Ciao. Ciao. Ciao.